So, warte, jetzt kriegst du das. Oh, Otto ist wieder da. Otto, hier nach rechts, links kommt. Hey. Otto. Alle gegen alle. Weg, ich muss weg. Ob du, komm, 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 sorry, kick. Ich hab ne Frau geschlagen. So, blöde Kuh. Otto, was guckst du mich so blöd an? In Deckung geht. Oh ja, Otto ist gleich should. Oh, er hat er zum letzten Kick ausgeholt. Ja, guck mal. Das ist eigentlich gut gesehen, so wie das alles. Mist. Ich habe keine Ausdauer. Ich muss weg. Blöde Euler. Ja, da gab es eine in der Markengegend. Oh, Ausdauer. Ey, ich habe vergessen. Was? Oh, gut, alles klar. Oh, ich dachte, ich müsste nur Wüstes bauen. Mist. Boah, Junge. Halt. Wann ist das? Ne, ich weiß, was ich morgen mache. Was denn? Im Sauber-Spiel. Alleine. Ist das hier? Oh, der Papa kommt an, ich trete ihn erstmal. Ouhhh. Ou. Oh. Ha-hah. Na, ha-ha. Bisschen zu tun. Ha-haha. Ha-haha. Ja. Ich verarschle gut unter der Treffe, ja. Ha-haha. H-haha. Ha-haha. H-haha. Ich verdacht auch zu gedrückt. Ich hab deinen hässlichen Arsch gesehen. Komm, schlag zu, Junge, schlag zu. Kick die weg. Da, Otto mischt mit, Otto mischt mit. Otto will's wissen. Er wird zusammengetreten. Wie so ein Moscher-Koffer, wo ist er hin? Ja, dass er sich hinter der Tür versteckt. Was denn? Oh, du hast dich beforzt. Oh, den hab ich voll in den Machengrubi gehauen. Ey, ihr Ratten. Otto gleich ist er hinüber. Ich merke man nicht, wie Otto aus dem Haus kommt. Ey, ich hab keine Auswahl mehr, Scheiße. Kloppt euch mal noch. Otto ist weg, Otto ist weg. Er will weg. Warte, ich fange vorne ab. Was, wo ist er hin? Wo seid ihr hin? Ja, Matze, wo ist er hin? Ich bin wieder im Haus, oder? Ey, da kam doch einer vorbeigeflogen an mir. Ey, blöde Kuh, raus aus meinem Haus. Jetzt gibt's eine für Spannung, ihr Mann. Hint ich nicht überhaupt? Ey, treff ich dich nicht? Ich froge eure Wand kaputt, hier. So, ich sterf euch nicht. Ich bin auch ein bisschen langsam, ich bin nicht. Wee, gequickt, ihr Schwein. Mein Kopf war zu groß, ich komme aus der anderen Seite nicht raus. Das Auto wird er da. Frisch gebacken. Er ist im Haus. Er ist im Haus. Was? Was, nee. Nicht? N-n-n. Nee, da kommt er angelaufen, ich sehe ihn. Kommt gar nicht angelaufen. Er kommt angelaufen. Er geht den Berg hier hoch, Papa. Echt? Oh, ich steh'n da runter, Mann. So. Body slams. Soja, findet mich nie. Ey, ich scheiße runter, sag ich euch. Ich scheiße. Sucht mich doch mal, wo bin ich? Auf dem Haus. Im Haus. Alter, was macht ihr? Nein, ich habe keine Stamina mehr, ich bin runtergefallen. Kommt doch mal rein. Mach's gut, Biest. Achso, morgens. Morgens kannst ja nicht. Otto! Wir Karatekämpfer kommen da reingesprungen. Schwarzer. Hä? Bist doch kein Schwarz? Oh, ich muss raus hier! Hilfe, das Inventar! Raus da! Weg, weg! Nein, Aua! Geblönten Hund, lasst mich! Ich will ausweichen! Warte, warte, warte! Da sind die Arme schon wieder oben! Dafür müsst ihr sterben, echt! Was war das? Für ein blödsinniger Schrei! Ey, Otto hat die Otto erholt, alter! Frisch, frisch wie der Junge Morgen! Echt? Nee, keine Ahnung! Nee! Ich kann Arme nicht rein! Ich bin mir auch da hoch! Ja, warte mal! Ich hab mein, mein, mein Bett nicht genug Ressourcen! Komm doch mal! Ich bin noch keiner hier gestorben! Ich hab mich versteckt! Wo mich keiner kriegen kann! Wieso Lappen? Wieso Lappen? Hoppla! Huch! Ich kann keiner hier finden! Wetten! Pass auf! Ich seh dich! Ey, das ist ja unfair! Ey, Otto! Wieso hast du dich schon mal erholt, Junge? Ich geh auch nicht! Natürlich! Die Leute stehen in der Luft! Ey, gar nicht! Gar nicht! Wo geht ihr mit Schwertern aufeinander ein? Warte mal! Ich will die... Ich will die Waffe jetzt nicht haben! Komm doch! Komm doch! Warte, wir müssen gemeinsam auf den gehen! Okay! Von rechts und links! Jetzt müssen wir hier runterpickeln können! Das wäre jult, also! Otto ist unten! Warte! Nein, er will weg! Ach, da ist er nach oben! Ey, wie eine Katzelle, Alter! Das hier doch, die Ahnung! Wieso kommt er so schnell da hoch? Agilität! Agilität, mein Freund! Trischen runter! Hier unten kriegt er seinen Todesschlag! Ich bin gleich weg! Mann! Ey, warte mal! Kannst du hier an der Decke hängen? Na klar, kannst du an der Decke hängen! Ey, du hast... Du hast ein Halbjahrhauen, Alter! Halbjahrhauen! Schöner Kampf! Ich wollte was austesten! Alter, hier ist ja einer unten! Da will er wieder hoch an seinen Ofen! Untergeprügelt! Ey, du machst ja mich kalt, Alter! Oh! Das wollte ich auch! Tag! Eine mit! Dann! Bumm! Oh, shit! Ich krieg dich! Acker! Was mach ich? Geh mal weg! Geh mal weg! Geh mal weg! Mann, jetzt hast du mich normal gemacht! Dafür kriegst du einen! Du stirbst! Da umkommen hängen! Gläse Quanten! Hehehe! Soll ich dir mal sagen, wie man die hättet? Ja! Ist dich! Das macht weniger Damage! Du machst mir nur nicht mal Millimeter Damage! Yes! Ich habe euch noch Arme im Mentor! Ja, alles klar! Wer ist wer jetzt? Aha! Gehen wir auf den hier rum! Nein! Lass mich! Dein Körper ist schon wieder abgeschlagen! Oh! Ah! Jetzt hieß jemanden mit'n Bogen! Warte! Achso! Ja, mach! Schieß! Ich... 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 Ich bin hier Arme! Ich hab Feile eingesammelt! Stich! Na! Ich hab den Feil hier in die Truhe gelegt! Ich hab''n Feile in meinem Arm! Guck mal! Jo... Nicht immer mit verträumten Auchen! Haha! Welcher mach'n, wer das ist?! Och du! Ey! Du hast eine Axt, Alter! Seid ihr alle bescheuert? Ihr habt Waffen. Ich kicke dich da oben runter. Mach doch. Otto komm hoch, sie steht auf dem Dach. Schieß, schieß. Was? Du scheißt. Warte, hier. Ich wollte runterkicken. Wo ist sie hin? Hier oben am Dach. Nein, jetzt bin doch ich, Alter. Mist, ich wollte es runterkicken. Was hat der da in der Hand? Hat der einen Stock in der Hand? Nö, ich sehe gar nichts. Warte jetzt. Ruhe. Huah. Fast. Fast. A kick. Schnell hinterher. Otto komm schnell, die ist gleich tot. Lass mal aus aufziehen. Ey, sie regeneriert sich. Ich mache jetzt erstmal das ganze Leder an euch. Was für ein Leder? Naja, euer Menschen Leder. Na? Die Kunde ist dritt. Aua. Im Fußjagd, lass sie sie sehen. Komm doch, sie rumtreten hier. Jo Moos, haut ab jetzt. Warte, jetzt kriegt er eine Rechts-Links-Kombi vom Feinsten. Aua, du hast mich geschlagen. Na bleib doch mal weg von mir. Kuckuck. Wuhu. Komm doch. Warte, gleich hat er keine Ausdauer mehr. Hallo. Ne, ich bin umgeladen. Komm mal so. Aua, du trittst mich weg. Komm, komm, das mach mal. Ah. Mist, Ausdauer ist weg. Wie so eine Schildkräuter. Was? Warte, gleich ist er hinüber. Ich denke, du wirst gewinnen, Papa. Hat er noch einen Kick. Noch einen Rechts-Links-Kombi, da liegt er. Wie bist du? Jetzt bist du dran. Ich hab ein bisschen Waffe rausgeholt. Ich hab eine Kette geklaut. Das ist eine Kette? Ich hab eine Kette. Ich hab eine Kette. Ich bin wirklich gerade gut. Ich hab eine Kette geklaut. Werndshof ist nicht bereit, ich bin wirklich gratis. Schön Merci. Machinlicht. Das turnst du.